Also wir sind heute in Gerswalde bei unserer Nachbarin Frau Lange und reisen diesen Baumstumpf raus, der schon längere Zeit da drin ist. Ziemlich fertig mit der Welt, es sollte nicht allzu schwer sein, aber es ist auch nicht der kleinste. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018